Eine Person geht in einen Laden herein und er hat hier zwei Möglichkeiten. Er kauft etwas legal und bezahlt es an der Kasse oder er klaut etwas. Jetzt geht er herein und klaut etwas. Dann sagt einer, der ihn gesehen hat, a'udhu billah, fürchte Allah. Warum hast du das gemacht? Er sagt dir, Allah hat das vorher bestimmt. Wie ist das zu werten, dass er sagt, Allah hat das vorher bestimmt? Ist das richtig, dass Allah alle Taten vorher bestimmt hat? Natürlich, aber was meint diese Person damit? Er meint, Allah wollte das, a'udhu billah. Dass Allah eine Sache vorher bestimmt hat, heißt das gleichzeitig, dass Allah die Sache auch so wollte? Sondern vielmehr ging die Vorbestimmung mit dem Wissen, Allah ist ein Herr. Aber diese Person hatte die Wahl. Das heißt, diese Person hat die Wahl getroffen, etwas zu klauen, statt es zu kaufen. Er hat sich dafür entschieden, Allah gegenüber ungehorsam zu sein. Wenn wir sagen, Allah hat es vorher geschrieben, ja, Allah wird diese Tat zugeschrieben, was der Diener gemacht hat, aus der Sicht von was? Dass Allah diese Tat schon vorher bestimmt hat. Aber aus der Sicht des Dieners, dieser hat sie erworben, diese Tat. Was heißt, dieser hat sie erworben? Er hat sie gemacht. Hat Allah ihn gezwungen, diese Tat zu machen? Nein. Aber Allah wusste, wie er sich entscheidet. Und so hat Allah es niedergeschrieben. Und so wird es auch passieren. Aber mit dem Wissen, dass Allah weiß, dass diese Person auch dieses machen wird. Allahu akbar. Überlegt mal das Wissen, Allah, wie viele Entscheidungen treffen wir am Tag, jeder Einzelne von uns. Allah wusste, wie wir uns in jeder Sache entscheiden werden.